Wir sind heute in Schleswig-Holstein. Mein Kollege Tobi Krosser ist mit dabei und wir wollen einige spannende Lösungen im landwirtschaftlichen und Agrarbereich zeigen. Viele sprechen von der vernetzten Milchkanne. Wir zeigen sie heute. Philipp, hi. Hallo. Schön, dass wir da sein können. Hallo. Guten Morgen. Sagt mal, Philipp, das ist ja hier wirklich Landwirtschaft, so wie man sie sich vorstellt, wie im Bilderbuch. Was passiert hier eigentlich jeden Tag? Ja, ich bewirtschafte hier gemeinsam mit meinen Eltern unseren Betrieb mit 85 Milchkühen und 110 Hektar, auf denen wir Acker- und Futterbau betreiben und verdienen so unser täglich Brot. Und sag uns doch, wo kommt hier Digitalisierung ins Spiel? Ja, also mein Handy ist im Grunde genommen mein Büro und über Apps und Sensoren, die mir das Leben einfacher machen und mir Daten liefern über meine Kühe. Was ist das genau? Das ist der Vital-Tracker von Smagstack. Und was kann der? Wenn die Kuh krank ist oder anfängt zu kränkeln, sag ich mal, steigt die Körpertemperatur, dass sie Fieber hat und ich kriege sofort eine Push-Nachricht, die Kuh hat erhöhte Temperatur oder die Kuh bewegt sich weniger, liegt mehr in der Liegebox und so kann ich gleich sagen, okay, ich gucke mir die Kuh lieber mal an. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Schwangerschaften bzw. bei den Kühen mit der Trächtigkeit aus? Zur Kalbung der Kuh fällt die Körpertemperatur 1 Grad ab, 12 bis 16 Stunden vorher. Und dann kriege ich dann eine Push-Nachricht, die Kuh hat Untertemperatur. Und wie geht es dann weiter? Ja, und dann habe ich den nächsten Sensor, den Nu-Call-Sensor und den kriegt die Kuh dann um. Und der sagt mir genau, jetzt geht es los. Diese Kuh, die ist also gerade schwanger. Genau, der Vital-Tracker hat mir eine Nachricht geschickt, sie ist in Geburt. Dann habe ich ihr den Nu-Call-Sensor umgebaut, denn dieser Sensor misst die Schwanzaktivität, die kurz vor der Geburt steigt und gibt mir damit die Nachricht, jetzt geht es los. Und diese Informationen werden über das Maschinennetz geschickt und kommen dann direkt zu dir aufs Handy. Genau. Sag mal, wieso ist das eigentlich so wichtig, dass du der Kuh bei der Geburt hilfst? Das ist einfach für mich die Kontrolle, dass ich weiß, es funktioniert alles problemlos oder auch, wenn das Kalb mal verkehrt rumliegt, der Kopf ist noch drin, die Nabelschnur reißt ab und das Kalb will atmen, ist aber noch in der Kuh. Bevor es dann erstickt, kann ich schnell helfen und so vielen Kälbern halt das Leben retten. Unsere Technikexperten und Innovationskollegen, die haben jetzt wirklich schon einen ersten Prototypen von einer vernetzten Milchkanne entwickelt. Ja, es steht eigentlich dafür, dass wir hier wirklich Technologie in die Landwirtschaft bringen, in die Agrarwirtschaft und diese Milchkanne ist vernetzt mit dem Narrowband IoT-Netz. Das heißt, das ist wirklich flächendeckend und ich kann Daten hier ablesen vom Tablet. Und Philipp, was sind das für Daten, die diese Milchkanne jetzt überträgt? Also die Milchkanne gibt zum Beispiel den Standort der Milchkanne immer Preis und die Temperatur und den Füllstand. Und das ist jetzt wirklich nur symbolisch eine kleine Milchkanne, die fast 40 Liter. Aber zukünftig könnte sowas dann richtig Sinn machen, wenn das bei diesen ganz großen Milchtanks zum Einsatz kommt. Ja, genau. Wenn man dann immer die Temperatur kontrollieren kann, den Füllstand. vom Milchtank und vielleicht auch Fett- und Eiweißprozente in der Milch. Tobi, wir haben heute sehr viel gelernt und ich finde es einfach unglaublich spannend, wie Digitalisierung und Technologie, Narrowband IoT, Vernetzung am Land wirklich funktioniert. Und ich finde auch sehr wichtig, dass wir nicht immer nur fokussieren auf die Städte und das, was dort passiert, sondern dass wir diese digitale Teilhabe am Land möglich machen, dass wir Netze am Land bauen und dass wir dann auch zeigen, wie man das einsetzen kann. Und das, glaube ich, war heute beeindruckend, wie das vorgeführt wurde. Ja, und vor allem, wir haben gesehen, dass es nicht nur in der Zukunft funktionieren wird, sondern schon heute möglich ist. Und ich freue mich, was da noch weiterkommen wird. Absolut, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.